Hi und herzlich willkommen hier auf dem Kanal von B.U. Network und zum nächsten Vlog. Derzeit bin ich in Hamburg übers Wochenende. Dementsprechend habe ich mir gedacht, hey, heute jetzt am Samstag ist mal wieder eine gute Zeit, um zu vloggen. Jetzt geht es erstmal in der Runde Joggen. Let's go! So, Jogging Session erfolgreich abgeschlossen. Jetzt mache ich mich erstmal frisch und gleich geht es auf ein Meeting Richtung St. Pauli. So, ich bin nun in der City unterwegs. Hauptgrund, warum ich überhaupt in Hamburg bin, ist, weil ich halt hier auch Verwandte habe, die ich halt besuchen wollte. Und unter anderem habe ich es halt so zeitlich eingerichtet, dass ich mich ebenfalls, ja, mit jemandem treffe, business-technisch gesehen. Und das auch immer wieder eine super Möglichkeit ist, wenn man jetzt in anderen Städten unterwegs ist, dass man immer guckt, hey, gibt es irgendwie eine Möglichkeit, hier man sich mit Leuten treffen kann, die man jetzt vielleicht wie durch Social Media kennt, weil das Persönliche für mich einfach nochmal überwiegt. Und ja, es ist einfach eine super Möglichkeit ist, das mit einzubinden. So, gerade sehr gut gegessen und mit dem Sascha habe ich mich soeben getroffen. Und Saschas Modeberater, er hat ebenfalls von der Idee bereits erfahren mit dem Interview, was ich jetzt halt geplant hatte. Und dementsprechend hat er mich in seine Räumlichkeit eingeladen. Wir werden in Kürze ein Interview, ja, ausrichten, was auch auf meinen YouTube-Panel dann online gehen wird. Also, seid gespannt. Ich bin jetzt hier im Geschäft meiner Tante, nennt sich I Love Toll. Sind wirklich Klamotten für Leute, die größer sind. Und ja, trotzdem etwas suchen, was halt einfach passt und auch noch gleichzeitig preiswert ist. Ich habe hier ebenfalls eine Hose gefunden für 35 Euro von Mustang, die auch noch super passt. Also, wenn ihr in Hamburg unterwegs seid und ja, auf der Suche nach solchen Klamotten seid, dann schaut hier auf jeden Fall mal vorbei. Bis zum nächsten Mal. So, es ist jetzt circa 8 Uhr. In einer Stunde beginnt das Champions-League-Finale. Eben war ich noch so ein bisschen mit der Family unterwegs und vielleicht werden wir auch noch gemeinsam was essen. Ja, Liverpool gegen Tottenham. Wenn ich eine Prognose machen müsste, würde ich sagen, Liverpool macht es. Kann mir gut vorstellen, dass es ein torreiches Spiel wird. Ich bin gespannt, wie es wird. Nun sind wir am Ende des Vlogs angekommen. Das waren jetzt einfach mal so ein paar Einblicke, den heutigen Tag aus Hamburg. Wenn euch das Ganze gefallen hat, gebt gerne einen Daumen nach oben. Schreibt mir euer Feedback in die Kommentare. Wir sehen uns online. Euer Benni. Ciao.